Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich möchte euch dieses Produkt von Forever nochmal vorstellen und zwar es geht einfach um diese Absorbent C und das ist einfach ein sehr gutes Produkt, weil es ist einfach mit Zitrus drin und es ist aus Papaya, Orangen und Zitron und von daher wir haben sehr viele Vitamine C drin und wie Sie schon wissen, ganz besonders im Winter braucht es einfach sehr viele Vitamine C drin. Und von daher hat dieses Produkt einfach, es ist einfach harsch an Vitamin C. Also und diese Vitamin steckt einfach die Abwehrkräfte und von daher kann ich euch einfach nur weiterempfehlen, einfach das Produkt auch zu testen. Absorbent C ist mit Citrus, Flavon, Noten aus Papaya, Orangen und Zitronen versorgt, versorgt sie mit der Königin der Vitamine, der Vitamin C. Also unser Körper kann Vitamin C nicht speichern, vor allem war es deshalb das Vitamin C in Haferkleid angebildet, um Esszeitverzögen und bedarfsgerecht über den Tafelteil ihrem Körper zuzuführen. Also das ist ein sehr, sehr gutes Produkt, reich an Vitamin C und deswegen kann ich euch einfach nur weiterempfehlen, das Produkt auch wirklich zu testen. Und Sie sollten einfach 3-materlich annehmen und von daher, wir haben 100 Tabletten drin und ich habe schon gesagt, die Inhaltsstoffe, ja 100 Tabletten und man sollte da 3-materlich annehmen. Und das ist einfach ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und ganz tolle andere Vitamine einfach drin. Also nehmen Sie einfach, versuchen Sie zu testen sie und dann schreiben Sie einfach auf meinen Kanal, ich freue mich sehr.